Vor mehr als 50 Jahren hat man in Wien mit dem Bau der U-Bahn begonnen. Heute gibt es insgesamt 5 verschiedene U-Bahn-Linien und das gesamte Netz hat eine Länge von ca. 83 km. Doch wie konnte man so ein riesiges U-Bahn-Netz mitten unter den historischen Gebäuden von Wien überhaupt herstellen und welche Herausforderungen hat es beim Bau damals gegeben? In meiner Videoreihe über die Baugeschichte der Wiener U-Bahn möchte ich euch zeigen, wie man Schritt für Schritt die einzelnen Stationen und Strecken damals gebaut hat und wie das U-Bahn-Netz zu dem geworden ist, was es heute ist. Im ersten Teil geht es heute um die Errichtung der Station Karlsplatz. Die Station beim Karlsplatz war die erste U-Bahn-Station, die man in Wien damals errichtet hat. Aber nicht nur das, sie ist gleichzeitig auch noch der größte Verkehrsknotenpunkt im Wiener U-Bahn-Netz. Hier treffen nämlich insgesamt drei Linien aufeinander, die Linie U1, die Linie U2 und die Linie U4. Dementsprechend riesig waren auch die Dimensionen der Baustelle damals. Unter anderem musste man hier nämlich ein fünfstöckiges Stationsbauwerk errichten. Dazu hat man dann auch noch extra das Gewölbe des Wienflusses sprengen müssen. Der Wienfluss verläuft nun mitten durch die U-Bahn-Station. Und dann musste man sogar extra noch zwei riesige Gebäude am Karlsplatz ankaufen und anschließend abreißen, damit man genug Platz für die Errichtung des U-Bahn-Tunnels hatte. Doch bevor wir uns nun im Detail ansehen, welche zwei Gebäude das waren und wie die Station Karlsplatz bautechnisch hergestellt wurde, sollten wir noch einen Blick darauf werfen, wie es denn überhaupt zum Bau der Wiener U-Bahn gekommen ist. Für fast alle in Wien ist die U-Bahn mittlerweile selbstverständlich. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, als das Ganze ein wenig anders ausgesehen hat. Um aber wirklich am Anfang zu beginnen, müssen wir einen Sprung zurück machen in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Um diese Zeit wurden in Wien damals nämlich die ersten Bahnhöfe errichtet. Allerdings gab es damals nicht so etwas wie eine ÖBB, die für alle Bahnhöfe zuständig war, sondern jeder einzelne Bahnhof hat einer anderen Eisenbahngesellschaft gehört. Und die hatten natürlich kein Interesse daran, die einzelnen Bahnhöfe miteinander zu verknüpfen. Aus heutiger Sicht ziemlich blöd, denn so war es nicht möglich, direkt zwischen den einzelnen Bahnhöfen umzusteigen und auch die Züge konnten natürlich hier nicht einfach weiterfahren. Dieses Problem hat man damals aber auch recht bald erkannt und hat anschließend die ersten Verbindungsbahnen errichtet. Fürs erste waren die Verbindungsbahnen auch mal ein guter Anfang, aber als die Stadt dann Ende des 19. Jahrhunderts auch immer mehr Einwohner hatte, haben selbst die Verbindungsbahnen nicht mehr ausgereicht und man musste sich irgendwie Gedanken zu weiteren Bahnstrecken machen. Das war die Geburtsstunde der Stadtbahn in Wien, dem Vorläufer der heutigen U-Bahn. Die Stadtbahn bestand im Wesentlichen aus mehreren einzelnen Strecken, unter anderem aus der Gürtellinie zwischen Meidling Hauptstraße und Heiligenstadt, aus der Wientallinie zwischen Hütteldorf und dem Hauptzollamt der heutigen Station Landstraße oder aber auch aus der Donaukanallinie zwischen Hauptzollamt und Heiligenstadt bzw. der Vorortellinie zwischen Penzing und Heiligenstadt. Wer sich das Netz hier nun ein wenig genauer ansieht, der erkennt vielleicht, dass Teile der Stadtbahn heute zur U-Bahn gehören. So zum Beispiel die damalige Gürtellinie, also die heutige Linie U6 und die Wientallinie bzw. die Donaukanallinie ist die heutige Linie U4. Ihr könnt die Stadtbahnlinien heute aber vor allem an der Architektur sehr gut unterscheiden. Die Stationsbauwerke wurden damals nämlich von Otto Wagner entworfen und sind heute zu einem großen Teil auch noch original erhalten. Aber zurück zur Geschichte, was den öffentlichen Verkehr betrifft, ist dann seit der Richtung der Stadtbahn in Wien sehr lange nichts passiert. Aber nicht, weil die Stadtbahn jetzt so eine tolle Bahnlinie war, sondern weil durch die beiden Weltkriege einfach kein Geld da war und weil auch die Politik vorerst nicht für den Ausbau des Schienennetzes war. Während es zum Beispiel in London und in Paris nun schon mehrere Jahre eine U-Bahn gab, war die Stimmung in Wien einer U-Bahn gegenüber eher bescheiden. Kein Wiener braucht jetzt mehr U-Bahn, weil man geht in der Innenstadt von einer Ringseite auf die andere in einer halben Stunde. Nein, ich brauche sie nicht. Ich habe hier eigentlich wenig Vorteile. Und obwohl nicht alle Wiener zu 100% von der Idee einer U-Bahn begeistert waren, wurde der Bau dann schlussendlich doch am 26. Jänner 1968 im Wiener Gemeinderat beschlossen, also vor knapp 55 Jahren. In diesem Gemeinderatsbeschluss damals wurden mehrere Punkte beschlossen, unter anderem, dass ein wesentlicher Teil des öffentlichen Verkehrs von einem schienengebundenen Verkehrsmittel in einer eigenen Ebene verlaufen soll. Also kurz gesagt, es soll eine unterirdische U-Bahn errichtet werden. Außerdem wurde beschlossen, welche Linien zuerst gebaut werden sollen. Als erstes in Betrieb gehen sollte die Linie U1 zwischen Räumannplatz und Praterstern, die Linie U2 zwischen dem Ringturm und dem Karlsplatz und auch noch die Linie U4 zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt. Dazu wurde auch noch beschlossen, dass die Planungen für eine zukünftige Linie U3 fortgesetzt werden sollen. Damit war der Grundstein für den Bau der Wiener U-Bahn gelegt und es konnte endlich mit der Errichtung des sogenannten Grundnetzes begonnen werden. Und damit komme ich nun zu jener Station, bei der der U-Bahn-Bauer damals so richtig angefangen hat und die heute mehr oder weniger das Herzstück der Wiener U-Bahn ist, nämlich die Station Karlsplatz. Die U-Bahn-Station Karlsplatz befindet sich an der Grenze zwischen dem 1. und dem 4. Bezirk in Wien und war damals die erste Baustelle, die man für den Bau des Grundnetzes in Angriff genommen hat. Und die Dimensionen, die diese Baustelle gehabt hat, waren wirklich unglaublich. Die Station Karlsplatz ist nämlich die einzige U-Bahn-Station in Wien, bei der insgesamt drei Linien aufeinandertreffen. Auf der einen Seite ist das die Linie U1, die in ca. 30 Metern Tiefe in Richtung Stephansplatz bzw. in Richtung Räumenplatz verläuft. Auf der anderen Seite gibt es noch die Linie U4, die mehr oder weniger parallel zum Wienfluss liegt. Und dann gibt es auch noch die Linie U2, die beim Karlsplatz ihre Endstation hat und von hier in Richtung Rathaus fährt. Aber nicht nur die drei Linien treffen hier aufeinander. Was viele auch noch vergessen, ist, dass der Karlsplatz aus einem riesigen Netz an unterirdischen Gängen und Fußwegen besteht, den sogenannten Passagen. Die Passagen verbinden die einzelnen Stationen der drei Linien miteinander. So gibt es z.B. die Hauptpassage über der Linie U1, die Opernpassage im nördlichen Bereich, die Westpassage in Richtung Secession oder auch die Otto-Wagner-Passage bzw. die Ostpassage. Und natürlich gibt es auch noch unzählige Eingänge, über die man von der Oberfläche aus zu den Passagen gelangen kann. Die werde ich euch jetzt aber nicht alle aufzählen, die könnt ihr selbst gerne vor Ort einmal ausprobieren. Das ist aber noch lange nicht alles, was man damals am Karlsplatz gebaut hat. Es musste zusätzlich nämlich auch noch ein riesiges Unterwerk errichtet werden, damit die U-Bahn auch mit Strom versorgt werden konnte. Ein Unterwerk ist vereinfacht gesagt ein riesiges unterirdisches E-Werk, das die U-Bahn mit Strom versorgt. Und dieses Unterwerk wurde hier im südlichen Bereich des Karlsplatzes gebaut. Also kurz zusammengefasst, es musste damals praktisch der gesamte Karlsplatz aufgegraben werden, damit man diese riesige U-Bahn-Station mitten in der Stadt überhaupt errichten konnte. Und apropos aufgraben, damit komme ich nun zum wirklich spannenden Teil des Videos, nämlich zur Errichtung der Station. Am Karlsplatz gab es nämlich gleich eine Reihe an Herausforderungen, die man irgendwie meistern musste. Und genau das möchte ich mir jetzt im Detail mit euch ansehen. Offizieller Baubeginn war der 3. November 1969. Einen feierlichen Spatenstich hat es allerdings nicht gegeben. Das wundert mich persönlich jetzt auch gar nicht, denn wir haben ja gesehen, dass nicht alle Wiener gleichermaßen vom Bau der U-Bahn begeistert waren. Kein Wiener braucht jetzt mehr U-Bahn. In einem ersten Schritt musste dann zunächst einmal der Autoverkehr am Karlsplatz umgeleitet werden. Dann hat man begonnen, die Einbauten, die sich im Baufeld befunden haben, umzulegen und Platz für die Grabungsarbeiten zu schaffen. Dazu gehören zum Beispiel so Dinge wie Stromleitung oder Wasserleitung. Aber nach meinen Informationen musste man hier sogar den linken Wienfluss-Sammelkanal umlegen, damit dieser Bereich dann eben frei war für den Bau der U-Bahn-Station. Das heißt, bevor man hier überhaupt mit dem eigentlichen U-Bahn-Tunnel anfangen konnte, musste hier extra ein eigener Tunnel nur für die Umlegung des Sammelkanals errichtet werden. Der hatte eine Gesamtlänge von ca. 100 Metern und hatte auch noch einen Durchmesser von 3 Metern bzw. wurde in 10 Metern Tiefe errichtet. Allein das zeigt schon, finde ich, wie groß der Aufwand damals war, bevor noch überhaupt die eigentliche Baustelle begonnen hat. Aber nicht nur unter der Erde musste man das Baufeld damals frei machen. Auch an der Oberfläche hat man es irgendwie schaffen müssen, den täglichen Verkehr aufrechtzuerhalten, trotz dieser unfassbar riesigen Baustelle. Und dafür war es notwendig, eigene Brücken über die Baugrube zu errichten. Auf der einen Seite wurde eine eigene Brücke nur für die Fußgänger errichtet. Die Brücke war damals sozusagen die Nord-Süd-Verbindung zwischen der Kärntenstraße und dem Resselpark. Und bei dieser Brücke gab es damals sogar eine Art Besucherplattform. Das heißt, Baustelleninteressierte konnten von dort aus direkt einen Blick in die Baustelle werfen, so wie wir es hier auf diesem Bild ganz gut erkennen. Diese Aussichtsterrasse wurde damals übrigens Marek Loche genannt, in Anlehnung an den damaligen Bürgermeister von Wien, Bruno Marek. Wie wir hier auf diesem Bild aber auch gut erkennen, gab es noch eine weitere Brücke über die Baugrube. Und zwar war das die Brücke für die Straßenbahn. Damit nämlich auch der Straßenbahnbetrieb so gut wie möglich aufrechterhalten werden konnte, hat man extra eine Pionierbrücke, also eine zerlegbare Brücke des österreichischen Bundesheers, über die Baugrube gebaut. Und hier sehen wir zum Beispiel, wie die Brücke damals unter anderem von der Straßenbahnlinie 65 genutzt wurde. Das ist die heutige 1er Linie. Oder hier im Hintergrund sehen wir auch die Straßenbahnlinie 167, die man dann aber mit der Fertigstellung der U-Bahnlinie U1 stillgelegt hat. Also die gibt es heute nicht mehr. So viel zu den Vorbereitungen der Baustelle. Nachdem das Ganze dann einmal erledigt war, konnte man endlich mit den eigentlichen Bauarbeiten beginnen. An dieser Stelle die Frage an euch, wie habt ihr damals die Baustelle am Karlsplatz überlebt, überlebt, erlebt, weil ich war ja noch nicht auf der Welt und wäre mal interessant eure Eindrücke zu erfahren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und damit komme ich nun zur Errichtung des Stationsbauwerkes. Bei meiner Recherche bin ich da nämlich auf einige spannende Dinge gestoßen, die wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Um besser verstehen zu können, wie diese komplexe Station am Karlsplatz genau gebaut wurde, müssen wir uns zuallererst ansehen, aus welchen einzelnen Bauteilen die Station besteht. Auf der einen Seite wäre da einmal das fünfgeschossige Kernbauwerk. Das Kernbauwerk befindet sich ziemlich genau unter der Kreuzung am Beginn der Kärntnerstraße, also nördlich des Wienflusses und hat Abmessungen von circa 30x30 Metern. Dann gibt es südlich des Wienflusses ein riesiges Unterwerk, das hat ebenfalls fünf Geschosse und hat Abmessungen von ungefähr 90x30 Metern. Ja und dann gibt es natürlich auch noch die Stationstunnel der jeweiligen U-Bahn-Linie. Auf der einen Seite ist das der Stationstunnel der Linie U1, der sich ziemlich genau unter der Kärntnerstraße befindet. Auf der anderen Seite gibt es noch den Stationstunnel der Linie U2, der sich auch nördlich des Wienflusses befindet. Und dann haben wir auch noch den Stationstunnel der Linie U4, der befindet sich südlich des Wienflusses und liegt auch noch ein wenig weiter östlich als die anderen beiden U-Bahn-Stationen. Noch besser vorstellen können wir uns das Ganze aber, wenn wir uns den Schnitt hier ansehen. Ganz links sehen wir den Eingang vom Resslpark aus, also von der Seite, wo die Technische Universität liegt. Auf der anderen Seite haben wir hier ganz rechts die Opernpassage. Das heißt, auf dieser Seite befindet sich gleich daneben die Wiener Staatsoper. Und was wir da jetzt sehr gut erkennen können, sind die drei U-Bahn-Linien. Nämlich hier einmal die Linie U4, die auf der Trasse von der ehemaligen Stadtbahn fährt. Direkt daneben verläuft gleich der Wienfluss, der somit eigentlich mitten durch die U-Bahn-Station fließt. Gleich daneben befindet sich das riesige Kernbauwerk, das eben fünf Geschosse bzw. 28 Meter tief ist. Und mitten durch das Kernbauwerk verläuft einerseits die Linie U2, aber auch auf der anderen Seite hier längs unten die Linie U1. Der Bahnsteig der Linie U1 befindet sich in diesem Fall noch ein wenig weiter rechts, direkt unter der Hauptpassage. Und zur U1 kann man dann sowohl von der Hauptpassage, als auch von der oberen Passage über schräge Fahrtreppentunnel gelangen. Ah ja und bevor ich es vergesse, erkennen wir hier natürlich auch noch sehr gut das riesige Unterwerk, das ungefähr so tief ist wie das Kernbauwerk und unter dem auch die Linie U1 verläuft. Für den Bau der Station hat man dann als allererstes mit der Errichtung des Kernbauwerkes begonnen. Das Kernbauwerk ist mehr oder weniger das zentrale Bauteil am Karlsplatz. Es diente damals eben unter anderem als Anfahrschacht für die Tunnelbaumaschine. Das heißt, hier wurden die Maschinen und die Materialien für den Tunnelbau rein und raus gehoben. Auch die erste U-Bahn-Garnitur hat man für Testzwecke hier über das Kernbauwerk hinuntergehoben, wie wir hier ganz gut erkennen. Das Kernbauwerk an sich wurde in der sogenannten Schlitzwandbauweise hergestellt. Das heißt, es wurde hier von der Oberfläche aus mit einem Schlitzwandgreifer eine ca. 40 Meter tiefe Schlitzwand ausgehoben. Den Schlitz hat man dann mit Beton aufgefüllt. Wer im Detail wissen möchte, wie das Verfahren funktioniert, dem empfehle ich da mein Video über den DC Tower 2. Da habe ich das Ganze sehr genau erklärt. Und so hat man schließlich die Außenwände von diesem Bauwerk einmal hergestellt. Nachdem die Außenwände fertig waren, konnte man den Schacht Schritt für Schritt ausheben, bis man bei der endgültigen Tiefe angekommen war. Eine Besonderheit damals war aber, dass man diesen Schacht nicht wie gewohnt aussteifen konnte. Das Problem war nämlich das, dass wenn man hier einen sehr tiefen Schacht gräbt, der horizontale Druck von der Seite, also zum Beispiel von der Erde, sehr, sehr groß ist, wodurch halt die Gefahr besteht, dass es die Außenwände nach vorne drückt. Deshalb verwendet man üblicherweise horizontale Aussteifungen, damit sich die Wände eben gegenseitig abstützen können. So kennen wir es zum Beispiel auch vom Schacht beim Massenstofferplatz. Auch hier gibt es solche Aussteifungshorizonte. Beim Karlsplatz gab es aber das Problem, dass hier gleich daneben das Gewölbe des Wienflusses war. Und das Gewölbe ist vor allem in horizontaler Richtung nicht sehr widerstandsfähig. Das heißt, hätte man hier nun eine horizontale Aussteifung eingebaut, dann hätte das Gewölbe dem gesamten Druckstand halten müssen, der hier von der rechten Außenwand kommt. Und diese Kraft konnte das Gewölbe des Wienflusses aber nicht aufnehmen. Und dadurch hat man sich was anderes überlegen müssen. Schlussendlich hat man dann die Schlitzwand hier unter der Kärntnerstraße mit sogenannten Ankern im Boden rückverankert. Und die halten dann diese Schlitzwand zurück, dass sie nicht nach vorne kippt. Hier auf diesem Bild sehen wir nochmal ganz gut, wie diese Anker genau ausgesehen haben. Soviel zur Errichtung des Kernbauwerkes. Parallel dazu hat man natürlich auch andere Arbeiten durchgeführt, sonst wäre die Station vermutlich nie fertig geworden. So wurde zeitgleich gerade an der Errichtung des Unterwerkes gearbeitet. Das Unterwerk wurde in einer ähnlichen Bauweise wie das Kernbauwerk errichtet. Auch hier hat man zunächst die Schlitzwände von der Oberfläche aus hergestellt und anschließend Geschoss für Geschoss runtergegraben und dabei dann auch die Aussteifungshorizonte hergestellt. Beeindruckend ist wirklich die Größe dieses Unterwerkes und vor allem die Tatsache, dass man heute an der Oberfläche eigentlich gar nichts mehr von diesem riesigen Bauwerk sieht, bis auf vielleicht das Gebäude der Wiener Linien, das wir hier sehen. Neben dem Kernbauwerk und dem Unterwerk hat man zeitgleich aber auch an der Errichtung der Stationen der Linie U1, der Linie U2 und der Linie U4 gearbeitet. Damit wir jetzt aber nicht ganz durcheinander kommen, schauen wir uns zunächst einmal an, wie man beim Bau der Station der Linie U1 vorgegangen ist. Nachdem das Unterwerk und das Kernbauwerk mal so weit ausgehoben waren, hat man für die U1 zuallererst einmal den Tunnel zwischen diesen beiden Bauwerken hergestellt. Die Tunnel verlaufen genau unter dem Wienfluss und wurden mit der sogenannten neuen österreichischen Tunnelbaumethode hergestellt. Vereinfacht gesagt heißt das, dass man immer ein paar Meter des Tunnels händisch oder mit dem Bagger abgebaut hat. Anschließend wurde dann die Bewährung eingebracht und alles mit Spritzbeton gesichert und im letzten Schritt wird das ausgebrochene Material dann noch abtransportiert. Ganz so leicht wie es hier aussieht, war das Ganze am Karlsplatz dann aber auch nicht, denn hier in der Mitte gab es noch ein altes Fundament der Elisabethbrücke. Die Elisabethbrücke war früher eine Verbindung zwischen dem 1. Bezirk und dem 4. Bezirk in Wien und hat direkt über den Wienfluss geführt. Auf diesen Bild erkennen wir das zum Beispiel nochmal ganz gut, wie das ausgesehen hat damals. Im Hintergrund haben wir hier die Karlskirche bzw. den Karlsplatz und im Vordergrund haben wir eben die Elisabethbrücke. Das Fundament der Brücke hat aus mehreren tiefen Holzpfählen bestanden. Das sehen wir zum Beispiel auf diesem Bild nochmal ganz gut und diese Holzpfähle musste man dann eben für den Bau der Linie U1 alle einzeln entfernen. Und nachdem dann einmal das Unterwerk und das Kernbauwerk unterirdisch miteinander verbunden waren, konnte man sich Schritt für Schritt weiter unter der Erde vorarbeiten. So hat man dann zum ersten Mal in Wien überhaupt eine Tunnelbohrmaschine eingesetzt und zwar hat man die auf der einen Seite zuerst einmal über das Unterwerk hinuntergelassen. Von dort aus wurde dann mit den Vortriebsarbeiten in Richtung Favoritenstraße begonnen. Nachdem die eine Tunnelröhre dann fertiggestellt war, wurde die Tunnelbohrmaschine dann bei der Favoritenstraße wieder an die Oberfläche gehoben, zurück zum Karlsplatz transportiert und hier wieder über das Unterwerk hinuntergelassen. Und schließlich hat sich dann der Vorgang einfach nochmal wiederholt und man hat die zweite Tunnelröhre hergestellt. Aber nicht nur die Strecke der Linie U1 wurde von hier weg begonnen. Nun war man auch schon dabei, die Station an sich herzustellen. Die U1-Station ist mit ca. 30 Metern die tiefste Station am Karlsplatz und befindet sich direkt unter der Kärntnerstraße. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei nebeneinanderliegenden Tunnelröhren und in diesen Tunnelröhren befinden sich eben auch die beiden Bahnsteige. Und zwischen den Bahnsteigen gibt es noch eine weitere Tunnelröhre und zwar den sogenannten Verteilertunnel. Den können wir hier im Querschnitt nochmal ganz gut erkennen. Und dieser Verteilertunnel ist links und rechts an die schrägen Fahrtreppentunnel angebunden. Das sind eben diese langen Rolltreppen, über die man über die Opernpassage oder über die Hauptpassage direkt zum Bahnsteig kommt. Für die Herstellung der Station ist man dann so vorgegangen, dass man zuerst mal vom Kernbauwerk aus die beiden Stationsröhren hergestellt hat. Das Besondere dabei ist, dass man den Tunnel nicht mit einer mechanischen Tunnelbaumaschine gegraben hat, sondern vereinfacht gesagt mit einer händischen Tunnelbaumaschine. Das heißt, man hatte hier ein sogenanntes Handschild. Das Handschild ist mehr oder weniger der Bohrkopf. Und in diesem Handschild haben die Mineure dann den Tunnel Meter für Meter hergestellt. Durch hydraulische Pressen, die am Handschild angebracht waren, hat sich dann parallel dazu auch das Handschild immer weiter nach vorne geschoben. Und im Windschatten des Handschildes wurde dann auch immer gleich die Tunnelauskleidung montiert. So war dann der Tunnel auch hinter diesem Handschild immer in sich geschlossen. Die originale Tunnelauskleidung, die man damals vor 50 Jahren eingebaut hat, sieht man auch heute noch, wenn man hier bei der Station steht, bei der U1. Auf der einen Seite ist das hier an der Decke, wo man die einzelnen Elemente sieht. Und auch noch auf der Seite neben den Werbetafeln sieht man auch noch die einzelnen Stahlelemente. Soviel zur Errichtung der U1-Station am Karlsplatz. Nicht viel weniger Aufwand war aber der Bau der U2-Station. Denn auch hier musste mit sehr wenig Platz ein riesiges Bauwerk errichtet werden. Und noch dazu hat man bei den Bauarbeiten einen kompletten Häuserblock abreißen müssen. Die U2-Station hatte im Gegensatz zur U1-Station aber den kleinen Vorteil, dass sie nicht zu tief unter dem Boden liegt. Insgesamt sind es nämlich nur knapp 15 Meter. Das heißt, die Station konnte man vorwiegend in der offenen Bauweise errichten. Begonnen hat alles mit der Herstellung der Außenwände. Wie wir hier gut sehen, befindet sich ja ein Teil der U2-Station mitten im Kernbauwerk. Der andere Teil verläuft außerhalb, sehr knapp hier zu der Häusereihe. Deshalb wurden hier außerhalb des Kernbauwerkes als erstes einmal wieder Schlitzwände aus Stahlbeton hergestellt. Danach hat man dann den Bereich zwischen den Schlitzwänden ausgehoben und die einzelnen Geschossdecken hergestellt. Hei, ist doch nicht so schwierig. Ausheben, betonieren, wieder schauen. Naja, ganz so leicht ist es dann auch nicht. Denn auch hier gab es das ein oder andere Problem, dass man aus dem Weg schaffen musste. Nachdem das Stationsbauwerk der U2 dann nämlich einmal fertig gebaut war, musste man vom Karlsplatz aus nämlich auch noch irgendwie den Streckentunnel der Linie U2 herstellen. Da ging es allen voran um den Bereich zwischen dem Kernbauwerk und der bestehenden Unterpflastertunnelstrecke. Diese bestehende Tunnelstrecke gab es hier bereits vor der Baustelle am Karlsplatz. Schlussendlich hat dann aber die U-Bahn-Linie U2 diesen Tunnelabschnitt übernommen, aber dazu in einem anderen Video mehr. Und diesen doch nicht ganz so kurzen Abschnitt zwischen dem Kernbauwerk und der Unterpflastertunnelstrecke hat man damals komplett in der offenen Bauweise errichtet. Das heißt, hier war keine Tunnelbohrmaschine oder so im Einsatz, die den Tunnel unterirdisch hergestellt hätte, sondern man hat hier von der Oberfläche aus Bohrpfähle hergestellt. Dann hat man die Baugrube ausgehoben und zum Schluss wurde dann noch die Tunneldecke betoniert. Wenn wir uns den Bauabschnitt des Tunnels aber genau ansehen, dann erkennen wir, dass hier ja die Strecke mitten durch diesen Häuserblock verläuft. Jetzt kann man den Tunnel ja nicht einfach hier in offener Bauweise herstellen, da ist ja das Gebäude im Weg, außer man ändert die Trasse und verlegt den Tunnel ein Stück auf die südliche Seite. Schließlich wurde das Ganze aber auf eine andere Art und Weise gelöst. Und zwar hat man damals extra für den U-Bahn-Bau die zwei Objekte Getreidemarkt Nummer 2 und Nummer 4 angekauft. Danach wurden die Mieter der Gebäude abgesiedelt und schließlich hat man die beiden Häuser dann im Jahr 1972 abgerissen. Und wenn wir uns das Ganze heute ansehen, dann sehen wir auch, glaube ich, ganz gut, welches Gebäude erst nachher dazu gekommen ist. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite eben das Gebäude, das damals abgerissen und neu gebaut wurde. Auf der rechten Seite haben wir noch das ältere, bestehende Gebäude. Also wenn ihr mal hier vor Ort seid, dann könnt ihr das selber auch sehr gut beobachten. Ja, das war mal die Tunnelstrecke zwischen der ehemaligen U-Strapp und dem Kernbauwerk. Dadurch, dass die Linie U2 ja beim Karlsplatz ihre Endstation hat, geht es auf der anderen Seite des Kernbauwerkes nicht mehr wirklich weiter. Trotzdem hat man damals aber noch einen kleinen Abschnitt gebaut. Und zwar wurde der Streckentunnel hier noch circa bis auf Höhe des Künstlerhauses hergestellt. Hier befindet sich nun unter anderem die Wendeanlage für die U-Bahn-Züge. Diesen Abschnitt hat man von der Ausrichtung damals aber bereits so geplant, dass man von hier aus eventuell einmal die U-Bahn in Richtung Schwarzenbergplatz verlängern kann. Das wäre sozusagen dann zukünftig eine Möglichkeit für einen weiteren Ausbau der Wiener U-Bahn. Aber dahingehend wurde bis jetzt noch nichts beschlossen oder angekündigt. So, jetzt haben wir uns bereits die Herstellung der Linie U1 und der Linie U2 am Karlsplatz angesehen. Eine Linie fehlt uns jetzt aber noch. Genau, das ist die Linie U4. Und auch hier hat es wieder einige spezielle Herausforderungen gegeben. Wie man die Station der Linie U4 gebaut hat, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Die Linie U4 ist die einzige U-Bahn-Linie am Karlsplatz, die ihre Station südlich des Wienflusses hat. Die Strecke wurde mehr oder weniger von der bestehenden Stadtbahnstrecke übernommen. Wobei man diese Trasse doch ein wenig umbauen musste. So war die Stadtbahnstation am Karlsplatz ursprünglich ein wenig weiter östlich vom Kernbauwerk. Das erkennt man heute daran, dass hier noch die damaligen Eingänge, also die Otto-Wagner-Pavillons stehen. Und die Bahnsteige von der Stadtbahnstation waren damals komischerweise nicht direkt gegenüber angeordnet, so wie das heute eigentlich fast niemand der Fall ist, sondern der Bahnsteig in Richtung Heiligenstadt war auf der westlichen Seite angeordnet. Und der Bahnsteig in Richtung Hütteldorf war ein wenig weiter östlich angeordnet. Diese Bahnsteige konnte man so aber natürlich nicht einfach bestehen lassen, da ansonsten der Fußweg zu den anderen Stationen einfach zu lang gewesen wäre. Deshalb musste ein komplett neuer Bahnsteig ein wenig weiter westlich gebaut werden. Und anstatt der bisherigen Seitenbahnsteige von der Stadtbahn, hat man hier einfach einen großen Mittelbahnsteig gebaut. Der wurde dann direkt mit der Hauptpassage verbunden. Und so kann man jetzt auch zwischen den einzelnen U-Bahn-Linien sehr rasch umsteigen, wenn man am Karlsplatz ist. Die Otto-Wagner-Pavillons wollte man damals dann eigentlich sogar komplett abreißen. Nachdem es da aber dann einen Aufschrei der Bevölkerung dagegen gegeben hat, hat man sich doch dazu entschlossen, die Pavillons nur für die Phase der Baustelle abzumontieren. Nach Abschluss der Baarbeiten hat man die beiden restaurierten Gebäude dann wieder aufgestellt. Und so kann man sich die beiden Pavillons auch noch heute vor Ort ansehen. Aber zurück zur Baustelle von der U4, da sieht es auf den ersten Blick so aus, als wäre das eh alles kein Problem. Einfach dort ein bisschen was abreißen, da ein bisschen was dazubauen und fertig ist die neue Station. Aber wenn man sich das Ganze genau ansieht, dann kommt man erst drauf, was für ein irrsinniger Aufwand eigentlich dahinter steckt, dass man die Linie U4 so umbauen konnte, wie wir sie heute vorfinden. Auf der einen Seite sehen wir, dass durch den neuen Mittelbahnsteig, den man gebaut hat, das eine Gleis um ein paar Meter in Richtung Süden gerutscht ist. Dadurch musste man in diesem Bereich die komplette Stützmauer von der Stadtbahn abtragen und neu errichten. Das heißt, diese massive Konstruktion ist einfach weggekommen und stattdessen hat man eine neue Bordfallwand ein paar Meter daneben errichtet. So war dann in der Mitte auch genug Platz, um einen neuen Mittelbahnsteig zu bauen. Neben der Sache mit der Stützmauer hat man die komplette Strecke der U4 in diesem Bereich aber auch nach oben hin zugemacht. Ursprünglich war dieser Streckenabschnitt nämlich eigentlich nach oben hin offen, wie wir hier auf diesem Bild sehr gut erkennen. Aber man hat sich schlussendlich dazu entschlossen, hier auch eine Tunneldecke herzustellen, damit das alles unterirdisch verläuft. Und dafür musste man zuerst einmal in der Mitte der beiden Gleise Stützen herstellen, auf die ein eigener Trägerrost aus Stahlbeton betoniert wurde. Und dann hat man über die Gleise Fertigteile aus Stahlbeton gespannt, die auf der einen Seite hier in der Mitte auf dem Trägerrost aufliegen und auf der anderen Seite auf der außenliegenden Portfallwand beziehungsweise auf der Gewölbemauer vom Wienfluss. Die Deckenkonstruktion bei der Linie U4 kann man auch heute noch sehr gut erkennen, wenn man mal in der Station steht. Und zwar sieht man in der Mitte von dem Mittelbahnsteig die Stützen, die man gebaut hat. Darauf befindet sich ein recht breiter Trägerrost und auf diesem Trägerrost befinden sich eben diese fertigen Elemente aus Stahlbeton, die man über die halbe Breite der Station praktisch dann gespannt hat. Und wenn ihr mal einen Blick nach oben werft, dann könnt ihr diese Elemente auch noch sehr gut erkennen. Das war aber noch lange nicht die größte Herausforderung beim Bau der U4 Station. Wer nämlich hier beim Schnitt schon einmal genauer hingesehen hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass hier einfach mitten durch das Bauwerk der Wienfluss fließt. Das an sich ist ja nicht wirklich tragisch, wenn da nicht noch die Hauptpassage wäre, die die Station der Linie U4 mit den anderen zwei U-Bahnlinien verbindet. Wie wir hier gut sehen können, war da nämlich ursprünglich eigentlich genau das Gewölbe vom Wienfluss im Weg. Irgendwie musste man aber diese Verbindung herstellen, ansonsten wäre es für die Fahrgäste einfach extrem mühsam gewesen, am Karlsplatz umzusteigen, da die Wege dann dadurch einfach viel länger gewesen wären. Also hat man sich dazu entschieden, das Wienflussgewölbe über eine Länge von ca. 40 Metern abzutragen. Und das auch noch mit einer sehr interessanten Methode. Man hat das Wienflussgewölbe nämlich nicht einfach mit einem Bagger abgetragen, sondern man hat dazu eine Sprengung vorgenommen. Das heißt, es wurden zunächst einmal mehrere Löcher in das Gewölbe gebohrt und in diese Löcher wurden dann die Sprengstoffkapseln gesteckt. Und so hat man dann Meter für Meter von diesem Gewölbe gesprengt, damit nun genug Platz für das Passagengeschoss war. So war es dann möglich, dass man links und rechts eine neue Stahlbetonwand bzw. die Decke des Passagengeschosses herstellen konnte. Und durch den Abtrag des Gewölbes ist es jetzt eben ohne Probleme möglich, über das Hauptgeschoss am Karlsplatz zu jeder der drei U-Bahnlinien zu gelangen, ohne irgendwie unnötige Umwege gehen zu müssen. Den Bereich, wo das Wienflussgewölbe abgetragen wurde, sieht man zwar heute nicht mehr, aber ich kann euch trotzdem zeigen, wo sich der Wienfluss ungefähr befindet. Und zwar ist das hier ungefähr in dem Bereich von der Bäckerei. Also hier verläuft vor mir die U4 und gleich daneben befindet sich der Wienfluss. Das heißt, wenn ihr hier entlang spaziert, dann wisst ihr, jetzt geht ihr gerade über den Wienfluss. Somit schließt sich der Kreis mit den drei U-Bahnlinien am Karlsplatz. Circa 10 Jahre nachdem der Bau der U-Bahn im Wiener Gemeinderat beschlossen wurde, konnte die Station dann schlussendlich am 25. Februar 1978 feierlich eröffnet werden. An diesem Tag wurde damals auch das erste Teilstück der Linie U1 zwischen Karlsplatz und Räumannplatz in Betrieb genommen. Die Geschichte dazu erfahrt ihr dann aber in einem meiner nächsten Teile. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch einen etwas anderen Einblick hinter die Baustelle am Karlsplatz geben. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne schreiben, welche U-Bahn-Baustelle euch noch so interessieren würde. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann beim nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin, alles Gute! Bis dahin, alles Gute! Untertitelung des ZDF, 2020